Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, wahrscheinlich die letzte Folge von The Darkness 2. Letztes Mal haben wir das alternative Ende erreicht, also da wo wir glücklich mit Jenny gelebt haben und da wurden wir Victor getötet und jetzt kommt das mit der Hölle. Kann ich sprinten? Du widersetze dich mir! Ja. Hilf mir, Jackie, ich bin hier! Jenny, bist du es wirklich? Aha, war ja klar, dass hier nur gelegt ist. Du bist bedeitungslos! Ich will nicht fliegen, ich will nicht fliegen. Mann, ich hatte keine Waffe! Ich bin tot. Also wir haben Alien Waffen jetzt, sag ich jetzt mal. Alien, Höllen, Aua! Knie! Ich komm dich holen, Jenny! Wir haben Alien-Dings-Waffen. Du widersetze dich mir! Alien-Hüllen-Waffen, ist das Relikt jetzt schon? Hilf mir, Jackie, ich bin hier! Jetzt habe ich das Relikt jetzt eingesammelt? Nein, natürlich nicht. Du bist bedeitungslos! Ich werde das überspringen. Oh, das wäre ja sehr. Oh, das erste, was ich jetzt erstmal mache, ist das. Du bist nicht. Oh! Kiez ist eine... Kiez sind die Pistolen. So war es, glaube ich. Talente. Haben wir. Hier haben wir alles. Wir haben alles Wichtige schon. Die Waffen hören sich cool an. Geht's. Auch wir dürfen gegen diese Vier spielen. Hat mir gar nicht gefehlt. Die Schuld verzehrt dich. Sie werden niemals hier willkommen. Oh, Herz. Er tut. Ja. Mein Knie tut weh. Kann ich auch mal hier das Sturmgewehr haben? Ja, es gibt's ein Sturmgewehr. Ist das nicht so wahr? Ich fühle mich gerade drüben. Irgendwie ins Start. Wie ist das weg? Oh. Entschuldigung. Hm. Hm. Ist es mal hier irgendwo. Da. Oh ne. Das ist die. Das ist die. Sagen wir mal UMP. Das ist jetzt mal die UMP. Ja, das ist die UMP da. Nee, die Waffe höre ich nicht. Achso, das ist mit einem Arm oder so. Du kannst sie nicht befreien. Jackie. Das ist der Sturre Jenny Fesseln. Sie werden nicht frei gesetzt. Ja, Keith. Ah, nee, das ist nur. Ah. Ich muss ja irgendwo die Fesseln da. Ah. Ah, so. Jetzt habe ich gerade 30 Millionen Schuss umsonst verbraucht. Also das Ding hat auch sehr viel Muni. Da ist sie. Die Karabiner. Sieht auch geil aus. Also sind schon echt geile Fantasiewaffen. Oder keine Ahnung was das für Waffen sind. Nein. Wie die Köpfe mal weg sind. Aua. Euch gibt es auch. Auch hier. Oh, es... Was ist das schwarze Loch? Aua! Ich muss jetzt mal die... Die Muni, ey! 75 Sturmgewehr, Muni! Diese Muni bekomme ich ohne Ende. Aber das geht alles hier noch. Tack! 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 Mach weiter! Du schaffst das! Yup! Mach weiter! Du schaffst das! Ja! Mach weiter! Mach weiter! Aua! Hehehe! Oh! 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 das ist so normal dass es so viel geil ist hey befreit er nie hab sie befreit irgendwas kam hinter mir an was passiert ich bin normal und dort ist jenny 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 ich wollte nicht dass das passiert nichts davon wir haben nicht viel zeit die augen wie rot die sind scheiße sind die rot soll ich noch irgendwas machen ich kann nichts machen nicht mal kamera ja also ich bewege sie aber ich kann nichts machen ich hatte irgendwas anderes in erinnerung also das haben das waren die kürze bloß hast du kannst sagen da passiert doch noch was ich liebe dich was auch passiert das werde ich immer ich bin derjenige der jetzt sehen wir uns mal von außen flügel mensch hilfe was ist das denn nein nicht hallo weg doch danke zu viel haut die welt war schon zu lange ohne mein licht um grünen augen bitte untersagt wir sind jetzt eins nach allem was du ihr angetan hast liebt sie dich noch sie weiß was getan werden muss gib sie mir zurück siehst du es nicht jackie jenny's seele war nicht alleine hier gefangen du hast sie mir gegeben ich kämpfe nicht gegen dich wie kommst du darauf dass ich dir überhaupt die chance dazu gebe du bist ein zu mächtiger wird geworden hast zu viel leid bewirkt du und sie seit jetzt wo ihr hingehört nein 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 ja das war das ende von the darkness 2 hoffentlich neue spiel plus neue spiel plus ermöglicht dass der alberne im kapitel starten trotz aller und trotzdem alle reale talente ist es aus dem spiel letzten spiel zu behalten dann aktuelle schwimmen wird aber jedoch gelöscht all also nein nein kann ich jetzt sehen was ich alles erreicht hab ne komm wir machen mal ja ja ah und dann kann ich kapitel ich könnte jetzt und dann könnte ich sagen dass ich das nochmal alles was ist da und gibt mit zum abschluss ja ok das soll aber jetzt erstmal was da vorhin gewesen das war ein kleines selbst play so um die elf zu erfolgen muss auch nicht lang sein ich hoffe es hat euch gefangen ist jetzt play ja den ersten teil habe ich nicht mal gucken dann kommt es so wie mäßiger wieder auf worte vor schürzt mal gucken wer steht hier vielleicht die story die ob ich jetzt auch noch nie gespielt aber dann sehen wir uns aber im nächsten Video bis dahin tschüss 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 tschüss